Hallo, hier ist Hip-Hop Tube. Ich bin Ash. Und ich bin Max. Und Stefan Bayer hat uns gefragt, wie Ash ein Sandwich macht. Und das zeigen wir euch jetzt auch. Hier ist schon das Brot, natürlich Körnerbrot, ganz gesund. Hier ist der Käse, echter Gouda Käse und Salami. Mehr brauchen wir nicht. Das ist Ash und Max Sandwich Spezial. Als erstes nehmen wir uns unser Brot. Ja. Danach Salami. Und zum Schluss kommt der Käse. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Und fertig mit dem Sanko. Jetzt geht's nur noch ab in die Mikrowelle. Und raus aufs Brot. Eins, zwei, drei, vier. Und jetzt geht's auch nicht ab in die Mikrowelle. Und Rasen. Sanko ist fertig. Oh, lecker. Jetzt ist Snakes dran. Und rein damit. Fertig. Das sieht aber lecker aus. Das ist mein Salami Käse Sanko. Guten Abschied, Max. Danke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.